Advent, Advent, mein Server flennt. Und damit herzlich willkommen zum Tag 6 von Advent of Code. Wir wollen heute das sechste Rätsel lösen und zwar sehen wir hier die Challenge für heute. Wir müssen nämlich die Customs Declaration Forms für aus Versehen das ganze Flugzeug ausfüllen. Ja, das bedeutet im Endeffekt, wir müssen den Leuten helfen, wenn sie, also weil sie eine Sprachbarriere oder sowas haben, das stand hier irgendwo. Wir müssen den Leuten helfen zu deklarieren, welche Güter sie mit sich führen, welche Gefahrengüter. Und es gibt im Endeffekt 6 Gefahrengüter und zwar A, B, hier steht es A, B, C, X, Y und Z. Und das muss allerdings jeder in einer Gruppe beantworten. Eine Gruppe kann aus mehreren Personen bestehen, logischerweise. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel in der ersten Gruppe nur eine Person, die sagt, sie hat Gefahrengut A, B, C. In der zweiten Gruppe haben wir drei Personen, weil es drei Zeilen sind. Einmal Person 1, die sagt, sie hat Gefahrengut A, Person 2 hat Gefahrengut B und Person 3 hat Gefahrengut C. Was aber genauso zählt, als hätte jetzt eine Person A, B, C dabei, also quasi als drei. Und ja, dann haben wir hier A, B, A, C. Das bedeutet, wir haben hier allerdings nur Gefahrengut A, B und C, weil A ist doppelt, das heißt, das zählt nur als eins. Und hier unten haben wir sogar vier Personen, die alle nur A dabei haben. Das zählt auch alles nur als eins. Und im Endeffekt ist das schon eigentlich die ganze Challenge, so wie ich das verstanden habe. Wir sollen die jetzt alle aufsummieren, allerdings natürlich je nach Gruppe. Das heißt, das zählt als drei, das zählt als drei, das zählt als eins und das hier unten zählt auch als eins. Deswegen hier drei plus drei plus drei plus eins plus eins. Im Endeffekt relativ simpel, zumindest so wie es mir scheint. Moment, und ja, wie gesagt, ich habe das A, oh, okay, von wegen nur drei, sechs Gruppen in this group, okay, Moment. Ah, okay, das war nur hier oben, okay, das war nur auf die hier oben bezogen, dass es sechs Gruppen gibt oder sechs Fragen gibt. Ihr seht, ich habe mir die Challenge noch nicht angeguckt. Scheinbar gibt es wirklich jede einzelne Gefahrengruppe von A bis Z durch. Okay, das macht die Sache ein bisschen interessanter. Aber, ja, das war schon davor interessant genug. Okay, ich habe wieder mal hier natürlich schon mal die Challenge vorbereitet. Ihr seht hier übrigens, diese Gruppe hat nur M dabei. Wir müssen, wie gesagt, alle Gefahrengüter zählen, je nach Gruppe. Und die hier haben eigentlich alle TR dabei. Aber gut, wir wollen es ja nicht von Hand auswerten, wir wollen das ja automatisiert machen. Das ist 2000 Zeilen. Hui, das wird langsam immer größer. Okay, wir öffnen natürlich zunächst einmal wieder unsere Datei mit with open6sf. Und was wollen wir haben? Wir wollen eigentlich die Gruppen aufsplitten. Groups ist gleich. Und wir machen das genauso, wie wir es schon mal gemacht haben, mit dem Split bei Doppel-Linebreak. Also hier ist natürlich ein Linebreak und hier ist auch schon mal ein Linebreak. Das hatten wir ja schon mal gehabt. Das ist ja nicht wirklich was Neues jetzt gerade. Das heißt, wir sagen hier f.read.split. Und zwar anhand von einem Double-Linebreak. Das ist, wie gesagt, das Neue. Äh, das Nicht-Neue. So, ähm, und jetzt müssen wir hier eigentlich bloß das Ganze zählen. Und ich glaube, wir können das sogar komplett funktional machen. Denn im Endeffekt ist das ja hier nicht, also wenn wir das, ganz kurz, was mein Plan ist. Ähm, wenn wir hier das alles haben, dann haben wir ja quasi eine Gruppe. Ja, das heißt, diese eine Gruppe, da splitten wir nachher noch die, ähm, die Backslashes raus. Das brauchen wir nämlich nicht. Und die schmeißen wir dann einfach alle in ein Set. Also wir schmeißen quasi jede Gruppe in ein Set rein. Weil die, wenn hier quasi, also ein Set ist quasi jeder Buchstabe ist für sich genommen. Das heißt, wenn wir hier z.B. 4 oder 5 mal ein M haben, dann wird nur einmal das M sozusagen in unser Set reingeschmissen. Und uns ist das völlig egal, ob da schon ein M davor drin war. Und das heißt, wir haben automatisch diese Sortierung weg. Das Set haben wir letztes Mal schon benutzt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Annäherung hier. Ähm, und dann haben wir hier quasi in diesem Set von dieser Gruppe hier zum Beispiel, haben wir L, Q, V und P. Also das heißt, dieses V hier fliegt raus, dieses V fliegt raus, das Q fliegt raus. Das brauchen wir dann alles nicht mehr. Das macht das Set automatisch für uns in Python. Ähm, das heißt, das ist schon mal sehr viel, ähm, Ersparnis sozusagen. So, und was wir im Endeffekt noch brauchen, ist, wenn wir dieses Set jetzt gebaut haben, also wir bauen jetzt erstmal uns alle Sets dazu. Das heißt, wir sagen hier, ähm, ups, Sets ist gleich, äh, eine leere Liste eigentlich erstmal. Und dann sagen wir hier, for i in Groups, ähm, Sets.append. So, und ja, wie machen wir das jetzt hier mit den Sets? Also jetzt haben wir quasi Gruppen hier gebaut. Und, ähm, also quasi jede einzelne Gruppe, weil wir hier ja schon mal an Backslash M, Backslash M gesplittet haben. Und was wir jetzt machen ist, wir wollen hier natürlich, ähm, erstmal, ähm, alle diese Gruppen in ein Set umwandeln. Das bedeutet, wir sagen, wir mappen jetzt mal. Wir machen jetzt mal hier so eine Art One-Liner, wobei wir natürlich hier sehr, sehr viel haben. Also, ja, es ist nicht ganz ein One-Liner, aber okay. Ähm, wir wollen jede einzelne dieser Gruppen in Sets umwandeln. Das bedeutet aber auch, wir haben ja hier schon diese Gruppe und wir müssen die irgendwie alle vereinen in ein Set. Das heißt, wir, ähm, ja, wir haben ja hier diese neue Zeile Dinge. Also wir müssen das in dieses Set eintragen, wir müssen das in dieses Set eintragen und so weiter und so fort, ja. Und, ähm, deswegen packen wir jetzt jeden einzelnen Buchstaben in diese Gruppe, äh, in dieses Set rein. Das heißt, wir sagen hier, ähm, wir wollen die Gruppe nochmal aufsplitten nach neue Zeile, okay. Das bedeutet, jetzt haben wir hier quasi LQ, dann im nächsten Durchlauf haben wir V, dann haben wir nochmal V, VQ, P, ja. Das ist jetzt hier das, was wir bei, äh, Group.Split bekommen. Und das wollen wir jetzt sozusagen jeweils in ein Set machen. Also wir bauen uns jetzt gerade hier für jede einzelne Zeile in der Gruppe ein Set. Also LQ ist ein Set, V wird ein eigenes Set, nochmal V wird ein eigenes Set. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Aber jetzt haben wir hier im Endeffekt so viele, äh, Sets, wie wir, ähm, Passagiere haben. So, und jetzt müssen wir natürlich noch die Gruppen bauen. Das heißt, wir müssen die Sets miteinander verknüpfen. Und das machen wir wiederum über, ähm, eine Funktion, die wir, ähm, auch wieder, ähm, draufschreiben sozusagen. Und zwar, ähm, Set.Union. Set.Union ist eine Funktion, ähm, die werden wir noch anders benutzen. Wir werden das hier sowieso anders machen, glaube ich. Ich glaube, das ist nochmal cooler machbar. Ähm, Set.Union ist eine Funktion, die wir, ähm, die macht im Endeffekt aus mehreren Sets, was wir ja hier über dieses Map bekommen. Wir bekommen ja hier in dem Fall gerade 1, 2, 3, 4, 5 Sets bei raus. Und wenn wir die jetzt alle miteinander vereinigen, dann ist das ein Union. Das bedeutet, wir machen aus 5 Sets ein Set. Und dann ist das genau das, was wir am Ende haben. Wir haben ein Set für jedes einzelne Ding. Ähm, ich glaube, wir müssten hier tatsächlich eigentlich kein separates Set bauen für jede einzelne Gruppe. Sondern wir könnten einfach das Ganze in diese Gruppen eintragen. Aber ich glaube, das ist so fast noch cooler machbar. Und zwar, wenn wir jetzt nämlich hier dieses Union auf alle diese Sets ausführen. Ähm, Sekunde. Ich muss mal kurz gucken, wie das aussieht am Ende. Ähm, Union. Äh, Union Set ist gleich. Und dann wollen wir uns das mal kurz ausgeben hier. Mal gucken, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das war fast zu erwarten, dass das nicht klappt. Ähm, wir müssen hier nämlich dieses Map-Object irgendwie verwenden. Ähm, und dazu müssen wir, dazu müssen wir irgendwas da drauf mappen quasi. Also wir wollen, ähm, was das Problem ist beim Map-Object. Ich will das mal ganz kurz hier illustrieren. Ähm, bei Map-Object wenden wir sozusagen die Funktion hier auf alles an. Ähm, okay. Das bedeutet, wir bekommen danach mehrere Sets raus. Also einmal hier, äh, Set mit V und einmal Set mit, ähm, quasi zwei separate Sets. Bekommen wir mit, ähm, L und Q oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, was da drinnen stand. So, wenn wir die jetzt Union vereinigen wollen, dann brauchen wir irgendwas, was uns das auf, also quasi, ähm, Union anwendet auf das erste Objekt und danach auf das zweite Objekt und danach auf das dritte und so weiter und so fort, bis wir am Ende sind. Und das funktioniert mit, ähm, mit Map-Objects so nicht. Ich glaube, wir brauchen da Reduce, wenn ich mich richtig erinnere. Normalerweise kenne ich diese Funktion als Fold. Ihr kennt das vielleicht auch aus Haskell oder sowas. Als Fold, ähm, Fold L oder Fold R, in dem Fall ist es egal. Ähm, was im Endeffekt eine Funktion anwendet auf eine Liste und danach nur noch ein Element der Liste bei rauskommt. Äh, das ist sehr funktionale Programmierung, ähm, aber in Python heißt das, soweit ich weiß, nicht Fold, sondern Reduce. Ich hab das aber schon ewig nicht mehr benutzt, ähm, das heißt, bitte verzeiht mir, wenn ich hier heile, wenn ich mich erstens so häufig vertippe und zweitens, ähm, hier vielleicht den falschen Ansatz gerade wähle, also, from Functools Import Reduce. Jetzt müssen wir hier dieses Set.Union drauf reduzieren. Ähm, Reduce, hallo? Was ist los mit dir? So, ähm, wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Oh mein Gott, das hat wirklich funktioniert. First Try, das ist nice. Okay, das sieht eigentlich richtig aus. Also, sortiert sind die Dinger natürlich nicht, ist klar. Ähm, aber die müssen ja auch nicht sortiert sein. Wir müssen ja im Endeffekt nur zählen, wie viele Elemente da wirklich drin sind. Das bedeutet, was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt wirklich Union Sets, also vereinigte Sets von diesen ganzen Groups. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier im Endeffekt das Ding und wir brauchen das hier nicht mal anhängen. Wir können hier einfach tatsächlich den Counter direkt berechnen. Also, Counter ist gleich 0 und, ähm, wobei, wieso eigentlich nicht? Ach, wobei, wisst ihr was? Wir machen das so und zwar sagen wir, wir müssen jetzt natürlich die, ähm, Counter plus gleich, ähm, ja, und jetzt können wir einfach hier die Länge drauf packen. Länge auf, ach so, nein, halt, stopp. Wir haben ja, wobei, doch, das sollte funktionieren. Ähm, und dann geben wir Print Counter aus und am Ende, ach so, nee, halt, das machen wir am Ende. So, 6.310, macht das Sinn. Sanity Check. Ähm, wir haben, was habe ich gesagt? 2.000 Zeilen. Ich weiß aber nicht, wie viele Gruppen wir haben. Ähm, gehen wir mal kurz die Länge von den Gruppen aus. Groups. Wie viele Gruppen haben wir? Ähm, wir haben 456 Gruppen und wir haben bis zu 26 Gefahngüter. Gut, okay, dann macht, dann macht das schon einigermaßen Sinn, was wir hier als Ergebnis rausbekommen haben. 6.310. Probieren wir das doch einfach mal aus. Vielleicht habe ich mich auch einfach verrechnet. So, 6.310, das war richtig, ha, nice. Okay, sehr cool. Ähm, Part 2. As you finish the last group's customs declaration, you notice that you missread one word in the instructions. Natürlich fällt uns das erst am Ende auf. You don't need to identify, ähm, you need to identify the questions to which everyone answered yes. Das, das ist ungünstig, weil das schmeißt unser komplettes. Ah, das bedeutet, ähm, wenn quasi, also in dieser Gruppe ist dann exakt 0. Ja, hier steht es auch 0. Da ist, weil nur eine Person in der Gruppe ist, ähm, ist jeder. Okay, okay, okay. Das bedeutet aber, hier ist zum Beispiel eine 1. Hier ist auch nur 1, weil wir zu einem Gefahren gut 1 gesagt haben. Hier ist nur eine Person, also auch 1. Okay, ähm, können wir das irgendwie trickreich und clever lösen? Wir haben aktuell die ganzen Gruppen miteinander vereinigt. Also wir haben hier quasi gesagt, wir wollen die ganzen Gruppen, ähm, wenn der TR geantwortet hat und der RT geantwortet hat, dann fällt RT quasi weg. Können wir das irgendwie, ja, das können wir machen. Und zwar, wir müssen hier einfach nicht Union benutzen, sondern Intersection. Intersection. Weil Intersection macht genau das Gegenteil von Union. Im Endeffekt ist es wie bei Photoshop, falls ihr damit schon mal gearbeitet habt. Ähm, wenn ihr was zur Auswahl hinzufügen wollt, ja, ähm, also quasi nehmen wir an, wir haben A und wir haben B in unserem Set drin. Dann macht Union, also man schreibt das normalerweise als großes U. Dann hat man hier als Union, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein C reinpacke, haben wir am Ende eine Liste mit A, ähm, A, B und C drin. Wenn ich eine Intersection mache, ähm, also geschnitten mit, das schreibt man normalerweise als N, wobei, das N ist so ein mathematisches N, also es geht am Ende nicht mehr nach oben, es ist quasi wie ein U falsch rumgeschrieben. Ähm, also quasi das Gegenteil von einem U, nur halt, ja. Sieht aus wie ein N ein bisschen. Ähm, dann haben wir hier tatsächlich eine leere Liste bei rum. Und das ist ja genau das, was wir gerade wollen. Weil, wenn wir hier A und B drin haben, und hier C, dann soll hier bitte nichts mehr rauskommen. Wenn wir hier allerdings ein A und ein B und ein A haben, also geschnitten A, dann bekommen wir hier ein A raus. Weil das ist das, was in beiden drin ist. Das gibt es bei Photoshop, bei der Auswahl, das benutze ich quasi täglich. Äh, das gibt es aber auch bei Mengen. Und das ist ja im Endeffekt eine Menge. Ein Set ist ja nichts anderes als eine Menge. Das bedeutet, ähm, Ähm, wenn wir hier eine Intersection machen, müsste das eigentlich schon direkt die Lösung uns ergeben. Und zwar 3193. Das sind immer noch verdammt viele. Probieren wir das einfach mal aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte das... Jawohl! War tatsächlich direkt richtig. Ja, super! Ähm, hat mich gefreut. War, war eine coole Challenge. Bisschen mathematisch heute. Ähm, schreibt mir, ob ihr das mit Mengenrechnung und so weiter schon kennt. Beziehungsweise ob ihr Union, Intersection, was gibt es noch? Ähm, Elemente aus Mengen oder sowas schon kennt. Und wenn nicht, dann wäre es doch mal witzig, wenn ich dazu ein paar Videos machen würde, oder? Ähm, genau. Alles klar, das war es von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!